Das Vietnam Nationalmuseum für Geschichte wurde im Jahr 2011 eröffnet. Die erste Version des Museums öffnete jedoch schon im Jahre 1958 die Türen für Besucher. Es ist das größte Geschichtsmuseum des Landes. Es beherbergt eine beeindruckende Sammlung von Artefakten und Exponaten, die die Geschichte Vietnams von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart dokumentieren. Das Museum ist in mehrere Bereiche unterteilt, darunter die archäologische Abteilung, die ethnografische Abteilung und die moderne Geschichte. Besucher können die Ausstellungen erkunden, um mehr über die Geschichte, Kultur und Traditionen Vietnams zu erfahren. Das Vietnam Nationalmuseum für Geschichte ist ein Muss für jeden Besucher, der sich für die reiche Geschichte des Landes interessiert.